so wir machen mal eine runde laser würde ich mal sagen laser laser leute big mac big mac hast du denn dann hast du die nachricht gefunden du hast jetzt neu geschrieben alter big mac das heftig herzlich willkommen im stream von rückbrauner punkt falls euch das team gefällt lasst doch gerne ein like und abo da komma eigentlich punkt jetzt ist falsch geschrieben spielen wir stumble guys viel spaß ja okay ist okay ich hab's geschafft marcia mega sind doch ein paar rechtschapfel da drin aber ist okay ist nicht so kauderwelsch ist cool hast du super gemacht aber hast toll gemacht big mac sehr fein hier ist ein richtiger feini mensch super hast du so viel mühe gibst du mega heftig hast du da hat doch der bigi einen nutcher verdient oder also nicht also das hat jetzt ein bisschen falsch angehört lolli mega big mac sehr schön jetzt ohne fehlern oha big mac herzlich willkommen im stream von rückbrauner falls euch das stream gefällt lasst doch gerne ein like und ein abo da jetzt spielen wir es strampelgeist viel spaß ja da fehlt es doch noch ein komma aber ist okay perfekt sehr schön big mac da wird doch langsam man muss nur wollen sehr schön big mac du wirst noch wenn dich mal jemand in zehn jahren fragt woher hast du so gut rechtschreibung gelernt die ganze sachen im stream von rückbrauner mega 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 das ist das ist kopfnachricht von dir ach so ups echt ach das ist von mir muss ich verbessern ja 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 ist impus eigentlich noch da wenn ja du hast auch einen schönen gaming stühle kann man kann man bei dir so 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 wippen wie nennt man so eine stügel wo man zu wippen kann bei meinen meinen meine rücken lehnen ist ja hart ich kann mich nicht um so dass das ist eine federung drin ich brauche so ein stuhl wo ich mich so anlegen kann hatte mein alter stuhl und das war richtig geil wipp stühle ja ja ihr wisst was ich meine wenn ich so hart ist deshalb kann ich hier so einstellen natürlich aber mit dem hebel und kann ich nicht so mich mal so lang machen so ach komm leute ihr wisst was ich meine alien gg hallo aqua was geht lohen movien oh oh äh außenrum hallo jörg gehen wir malендband außen lang nein schade beim dritten mal hat es nicht geklappt verdammt noch mal blockdächt bitte noch mal blockdächt okay kann man machen und dann aber lasern ich bin 14 hab aber haare am sack echt hast du schon haare am sack okay wer hat schon alles haare am sack von euch mit r14 oh man leute ey was für gesprächsthemen ja wieder ich abdi mega ich müller was gehört alles so in einer guten mod bewerbung als er will das ist halt wichtig wie alt du bist deine größte deine schuhgrößte ist ganz wichtig wie oft du am tag wie lange schlafen tust das auch immer schön ausschlafen bist deine schulnoten sind ganz wichtig wie oft am tag auf klo ist es sehr wichtig dass du nicht im stream immer sagst du musst auf toilette wie oft du essen tust am tag auch sehr wichtig ist wichtiger punkt ja so was halt so ich habe jetzt ein turnier es ging bin ja wir werden heute mit den gumbi bär spielen auch wenn er mir kein glück gebracht hat aber ist egal beim letzten turnier und nein da brennt da brennt leute nein das ist doch von bart games ne und nein bart games branchen kämpfatory manga kleiner brenntok club brennt das dinge brennt er hat das heute doch gesagt hat zur agfirma brennt MOSですね er muss die na dann weg machen weil es sonst brennt Nein, aber ich rette ihn Clippt das mal Leute und schickt es ihm denn Ey, bei ihm brennt die Bude einfach